Brennend im Geist. Halleluja. Oder wie die andere Übersetzung sagt, feurig. So ein Merkmal des Heiligen Geistes ist, er ist ein brennender, ein feuriger Geist. Das hat was mit Eifer, mit Motivation, mit Ziel, mit Beständigkeit, mit Konsequenz zu tun. Der Heilige Geist lässt sich nicht aufhalten, lässt sich nicht ablenken und er nimmt immer mehr Raum ein in unserem Herzen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und dieses Feuer kennt kein genug, es will immer weiter brennen, es will sich immer mehr ausbreiten. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch erzählen aus meiner Kindheit, wie ich mit Streichhölzer in einem zundertrockenen Kiefernwald gespielt habe und zum Schluss ist der ganze Wald abgebrannt. Und ganz am Ende brannte es fürchterlich auf meinem Hintern. So, das Feuer hört nie auf, es geht immer weiter. So, ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist das Wesen des Heiligen Geistes und jetzt brauchen wir nur dafür zu sorgen, dass wir ihm zu nahe kommen. Und dann werden wir brennen. Stell dir ein großes Lagerfeuer vor und da ist ein Holzscheit, das liegt ein bisschen abseit und es jammert. Oh wehe, ich brenne nicht. Gib dem Scheit einen Tritt, dass es in die Mitte des Feuers kommt, dann hört es auf zu jammern. Und dann wird es brennen. So, Gott ist brennend und wir haben mit ihm Gemeinschaft und sein Eifer wird uns ergreifen. Egal wie viel Leidenschaft du haben magst für Jesus, 10, 15 Jahre von heute, diese Leidenschaft ist zu Ende, glaub es mir. Wir brauchen etwas anderes und das ist das Feuer Gottes, das ist der Heilige Geist. Paulus sagt von sich selbst, 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. So, das heißt, seine Motivation kommt von Gott. Es ist Gott in ihm selber, der ihn immer weiter treibt, der ihm hilft, wenn Rückschläge sind und Entmutigungen sind und Dinge nicht gut gelaufen sind, wieder aufzustehen und nicht aufzugeben und immer weiter zu machen. Das kommt nicht aus uns, das hat niemand. Die stärksten Naturen unter uns haben das nicht, aber Gott hat es. Und er will, dass wir uns mit ihm einlassen und ihm Raum geben und ihm erlauben, sein Werk in uns zu tun. Und damit wird sichergestellt sein, wenn wir auf unser Leben achten, in 20, 30 Jahren, wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist, wir werden immer noch voller Eifer sein. Gott hat Eifer und er teilt gerne diesen Eifer uns mit. Und das ist der Eifer zuallererst um seine Ehre. Das ist der Eifer für seinen Sohn. Gott hat einen unbändigen Eifer, seinen Sohn vor den Augen der ganzen Welt zu rehabilitieren. Der Tag wird kommen, wo er alle Lügen über Jesus beenden wird und wird der ganzen Welt klar machen, Jesus hat das Recht zu regieren und niemand wäre besser geeignet als er selber. Ich habe meinen König eingesetzt, sagt er. Und das wird offenbar werden eines Tages. Und auf diesen Tag sehnt sich Gott hin. Und für diesen Tag hat Paulus gearbeitet und wir wollen auch arbeiten. Und ich glaube, dann ist noch ein drittes Element des Eifers Gottes, Gott hat sich vorgenommen, den Gehorsam seines Sohnes zu belohnen mit einer Braut. Der Vater wird den Sohn beschenken, belohnen mit einer Braut, die seiner angemessen ist. Diese drei Elemente sind im Herzen Gottes. Vielleicht noch mehr, aber die habe ich ein bisschen erahnt. Und die halte ich für wichtig. Und die sollen auch in meinem Leben und in meinem Dienst zu finden sein. Der Eifer Gottes ist die Kraft. Und Gott wird nicht müde. Menschen werden müde, aber Gott wird nicht müde. Menschen, wie heißt das, Jünglinge laufen und werden müde. Aber die auf den Herrn harren, das heißt auf ihn warten, auszuhalten, sich hingeben, Zeit mit ihm verbringen, nicht um ein paar neue, coole Predigten zu bekommen oder irgendwie eine Idee für den Hauskreis oder irgend so etwas, sondern um ihn zu sehen, um ihn kennenzulernen, um von ihm mehr eingenommen zu sein und fasziniert zu sein. Die auf den Herrn harren. Es gibt ein schönes Buch, Andrew Murray, Warten auf Gott, würde ich sehr, sehr empfehlen. Überhaupt, die alten Klassiker sind viel, viel besser und haben viel mehr Tiefgang als vieles von dem modernen Zeugs, was heute die Büchertische schwemmt. Darum habt ihr auch zwei Klassiker auf dem Büchertisch. Da von Pink. Hat jemand schon mal von Pink gehört? Gestorben 1952, ein Mann Gottes des Wortes, der wirklich sehr treu gedient hat. Okay, so. Der Eifer ist der Schutz Gottes vor Passivität. Und wir alle werden kämpfen mit diesem Problem der Lähmung, der Entmutigung, der Trägheit und der Passivität. Wir brauchen eine Antwort. Und die Antwort ist nicht noch mehr Charakterstärke und noch mehr Disziplin. Die Antwort ist der Eifer Gottes. Römer 12, Vers 11. Im Fleiß nicht säumig oder nachlässig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. So, wir dienen ihm in seiner Kraft, in seiner Motivation, in seinem Eifer. Und das kommt durch den Heiligen Geist, dem wir in unserem Leben Raum geben wollen. Hebräer 6, Vers 11, Vers 12 ist auch noch mal eine solche Schriftstelle. Wir sollen Eifer beweisen, damit wir nicht träge werden. So, der Schreiber des Hebräers kennt die Gefahr, für Christen träge zu werden. Ja, wenn nicht gleich das kommt, auf was wir warten und für das wir beten. Ja, wir können aufgeben, ja. Und das ist eines der wichtigsten Dinge für einen langfristigen Dienst, dass du lernst, dich zu motivieren. Wenn keine motivierenden Umstände um dich herum sind. Wenn der Segen fließt und alles nach Plan geht, ist wunderbar. Und das ist einfach. Aber wenn Widerstand kommt, wenn Enttäuschung kommt, wenn Mitarbeiter wegbrechen, sich gegen dich stellen, langjährige Menschen, denen du vertraut hast, auf einmal anfangen, völlig durchzudrehen, dann brauchst du etwas vom Himmel. Das ist göttliche Schubkraft, Motivation, um nicht aufzugeben. Und das ist der Heilige Geist in uns, der Geist Gottes. So was tut er? Er öffnet uns die Schriften. Er öffnet uns die geistlichen Augen, um die Schriften zu verstehen. Lukas 24, Vers 45, das handelt hier von Jesus. Aber das ist der Dienst heute des Heiligen Geistes. Weil zu dieser Zeit war Jesus schon auferstanden, aber noch nicht in den Himmel gefahren und der Heilige Geist war noch nicht gekommen. So Jesus hat jetzt hier noch getan, was jetzt der Heilige Geist tut. Er öffnet ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Mach dir jetzt eine Angewohnheit, wenn du deine Bibel auftust. Halt einen Moment inne. Sag, Heiliger Geist, wenn du jetzt nicht kommst, wenn du nicht tust, was Jesus versprochen hat, mich in alle Wahrheit zu führen. Ich könnte den größten Blödsinn aus diesem Buch ausholen. Wie kommt es, dass alle christlichen Sekten sich auf die Bibel berufen? Weil sie die Bibel lesen, ohne Unterordnung und ohne Hingabe an den Heiligen Geist und ohne von Offenbarung geleitet zu sein, sondern mit ihrem nicht erneuerten Verstand versuchen sie irgendwie etwas zu konstruieren. Das ist das Grundproblem. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, uns die Schriften verstehen zu lassen. So, was ist das Ergebnis, wenn er diesen Dienst tut? Lukas 24, 32. Das ist die Geschichte der Jünger von Emmaus. Sie sprachen zueinander. Brandte nicht unser Herz, als er, Jesus, auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Wenn Gott uns die Schriften öffnet, wird unser Herz brennen. Das kann gar nicht ausbleiben. Das ist unvermeidlich. So, siehst du, das ist unser Thema. Und deswegen sage ich, die Schriften und der Heilige Geist, das sind die beiden Pfeiler deines geistlichen Lebens. Und die musst du immer vor Augen haben. Und das muss das Zentrum sein und bleiben. Und wie gesagt, diesen Dienst, unser Lehrer zu sein, uns die Augen aufzutun, das tut heute der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe und wenn ich gehe, schicke ich einen anderen. einen anderen Helfer, einen anderen Beistand, einen anderen Tröster an meiner Stelle. Das heißt, der Heilige Geist tut jetzt mit uns das, was Jesus vorher mit den Zwölfen getan hat. So, stell dir die Situation vor, Jesus kündigt sein Weggehen an, sagt den Jungs, also, ich werde jetzt bald gehen und das wird gut sein für euch. Wie kann das gut sein, dass Jesus geht? Wir haben die fantastischen drei Jahre unseres Lebens gehabt. Wir haben Dinge gesehen, die glaubt kein Mensch. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen und jetzt geht er weg und das wird alles zu Ende sein. Wieso soll das gut sein? Ja, sie haben das nicht verstanden. Ja, aber Jesus sagt, wenn er kommt, er wird in euch sein. Das heißt, die Begrenzung, die Jesus als Mensch noch hatte, wie wohl er Gott war, auf der Erde war er begrenzt. Er konnte nur an einer Stelle, zu einer Zeit sein. Er konnte nicht zwei Zwölfer-Teams gleichzeitig unterrichten. Entweder war er da oder er war da. Jetzt ist diese Begrenzung aufgehoben, weil in jedem der einzelnen Jünger ist jetzt der Heilige Geist. Der eine kann nach Indien gehen, der andere kann dahin gehen, der nächste kann dahin gehen und überall ist Gott mit ihm. Das ist die Grundlage für eine weltweite Bewegung. Deswegen musste Jesus gehen und er sagt, jetzt kommt der Heilige Geist. Ich erinnere mich an die 80er Jahre, wo ich viel in der DDR war und das war ziemlich strikt dort und du wirst gefragt, haben sie Waffen, Bibel, christliche Literatur? Und um ein reines Gewissen zu haben und um nicht aufzufallen, ich hatte nichts von dem dabei. Waffen sowieso nicht, aber auch keine Bibel und kein gar nichts. Die haben nie gefragt, haben sie Heiligen Geist bei sich? Haben die nie gefragt? Und ich sitze da und denke, tup, checkt das Auto, macht was er wollt. Mein Schatz findet ihr nicht. Es ist die Weisheit Gottes, die in mir wohnt und dann gehe ich in die Bibelschule. Ich brauche kein Konzept, der Heilige Geist ist da und ich kriege von jemand anderem die Bibel und dann kann ich lehren. Halleluja. Es ist der Heilige Geist, der uns hilft. Und hör mal, was Jesus sagt. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde euch den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und jetzt Achtung, ihr kennt ihn. So, Jesus geht davon aus, dass seine Jünger den Heiligen Geist kennen würden. Und jetzt kommt die Begründung, warum kennen sie ihn? Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Niemand der göttlichen Dreieinigkeit ist dir näher als Gott, der Heilige Geist. Jesus auf dem Thron, zur Rechten des Vaters, aber Gott, der Heilige Geist, ist in dir. Das kann unser Verstand nicht begreifen. Da kannst du überlegen, wie kann das sein, dass in mir Gott wohnt? Und ich habe bis heute keine Erklärung dafür gefunden, aber ich weiß, dass es so ist. Und ich habe viele, viele Dinge erlebt, die bestätigen, dass es so ist. Und dann sagst du, ja, es gibt einen Heiligen Geist, wie kann er in zehn Leuten gleichzeitig sein oder in hundert oder in tausend? Verstehe ich nicht. Du wirst es nicht verstehen, aber es ist eine Tatsache. Jesus sagt, er wird in euch sein. Und das ist die Begründung, warum wir ihn kennen. Wo ist da der Zusammenhang? Ich kenne jemanden, weil er mir ganz nahe ist. Wieso? Damit sagt Jesus, weil er euch ganz nahe ist, werdet ihr natürlich clever genug sein, mit dem mal Kontakt aufzunehmen. Und nicht Tür an Tür mit dem zu wohnen, wie ich in meiner Kindheit gab es eine Untermieterin. Die Eltern hatten nicht genug Geld. Sie haben ein Zimmer vermietet und da war die Frau Bode. Und das war ein Phantom. Niemand kannte die. Und die Hustür war über dem Flur mit einem schwarz-gelben Bademantel. Und das war alles. Niemand hat die gesehen, mit der geredet. Niemand kannte die. Ich jedenfalls nicht. Die wohnte bei uns, aber ich kannte die nicht. Kein Kontakt, keine Kommunikation. Das war das Problem. So, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann ist es doch naheliegend, wenn er Gott ist, dass du mal mit Kontakt aufnimmst, sagst, Hallo, ich bin der und der und können wir uns vielleicht kennenlernen, können wir uns vielleicht anfreunden, könnte ich dich kennenlernen, könnte ich irgendwie lernen, könnte ich irgendwie von dir geführt werden. Ich habe gehört, du leidest mich in alle Wahrheit, das ist mein großes Problem. Du bist der Geist der Weisheit, das ist ein noch größeres Problem. Hilf du mir bitte. Ich will mit dir sein. Ich will in Einheit mit dir sein. Ich will von dir geführt sein. Ich will von dir gelehrt sein. Ich will von dir dieses Buch erklärt haben. Ich brauche dich so dringend. Und dann lernen wir, was Paulus nennt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13. Und ich stehe manchmal ratlos davor, wenn Menschen irgendwie einfache Dinge so kompliziert machen. Einmal habe ich eine Mitarbeiterschule gemacht, eine Gemeinde, und ich sprach über den Heiligen Geist und über unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und jemand meldet sich und sagt, aber ich habe in meiner Bibel irgendwo gelesen, dass man mit dem Heiligen Geist nicht reden darf. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. In meiner Bibel steht nicht ein einziges Wort davon. Stattdessen werden wir ermutigt und herausgefordert, Gemeinschaft zu haben mit diesem wunderbaren Heiligen Geist. Kannst du dir vorstellen, Jesus verabschiedet die 12 und sagt, pass auf Leute, sorgt euch nicht, es kommt ein anderer an meiner Stelle. Der wird euch jetzt lehren, der wird euch führen. Und Thomas meldet sich und sagt, und dürfen wir auch mit dem reden? Das macht doch keinen Sinn. Wenn es ein anderer ist, genauso wie Jesus, der dieselbe Funktion jetzt hat, nur dass er keinen physischen Körper hat, natürlich, wenn er Gott ist, uns geschaffen hat, dann kennt er uns, dann kann er hören, dann hat er einen Mund, dann kann er reden und wir haben mit ihm Gemeinschaft. Und das ist, was wir lernen wollen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Nimm mal diese Schriftworte, dass er in dir wohnt, dann setz dich mal in Ruhe hin in deinen guten Sessel und dann sag, hm, da wohnt er. Hallo. Manchmal kommen aufgescheuchte kleine Christen, oh, bete für mich, ich glaube, der Heilige Geist ist von mir weggegangen. Ich sage, er ist nicht weggegangen. Wie kannst du wissen? Weil Jesus gesagt hat, er kommt und er bleibt fertig aus. Und ich glaube, mehr Jesus als dein Gefühl. Und du solltest das Gleiche tun. Er ist da. Ob du ihn ignorierst oder nicht, er ist da. Und er ändert sich nicht. Und er möchte ein Partner werden. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Was ist die Definition von Gemeinschaft? Das ist, was das Wort bedeutet. Enge, innige, intime Gemeinschaft, in Klammern, auch von der ehrlichen Gemeinschaft. Mitteilhaberschaft. Beteiligung an etwas. Gemeinschaftlicher Umgang beziehungsweise Verkehr mit jemandem Vertrautheit. All das sind Begriffe aus Tronks einfach nur abkopiert. Die beschreiben den Inhalt dieses Wortes Krononia. So, jetzt ist die große Frage. Wie können wir lernen, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben? Ich lese mal von einem Mann Gottes aus vergangenen Zeiten. Wir hatten schon einmal von Torrey gehört. Er hat doch einige, aber auch nicht so viele. Was lest ihr denn immer so? Er war ein sehr vollmächtiger Mann Gottes, der weltweit gedient hat und viele, viele Menschen zum Herrn gebracht hat, aber auch als Lehrer war und ein Bibelcollege hatte und so weiter. So, hör mal, was der zu sagen hat. Original Zitat Torrey. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir den Heiligen Geist als Person kennen. Wenn du dir den Heiligen Geist, wie so viele Christen es tun, nur als Einfluss oder Kraft vorstellst, wirst du dich ständig fragen, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch von ihm machen? Aber wenn deine Vorstellung von ihm der Bibel entspricht, wenn du in ihm eine Person göttlicher Majestät und Herrlichkeit siehst, wird deine Frage lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen und gebrauchen? Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Ein fantastisches Zitat. So, der Heilige Geist ist Gott. Er ist der Herr, sagt Paulus. Und wir wollen ihn kennenlernen. Und das beginnt damit, dass wir seine Gegenwart anerkennen, ob wir die fühlen oder nicht. Wir reden hier von Tatsachen, nicht von Gefühlen. Und die Tatsache ist, er ist da. Er ist in dir. So, dann erkenn ihn an. Du bist jetzt da, Heiliger Geist. Ich bin nicht alleine. Wenn ein Christ sich einsam fühlt, dann deswegen, weil er keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kennt. Wir können in Zeiten alleine sein, aber alleine sein bedeutet nicht, dass wir uns zwangsläufig einsam fühlen. Das ist ein Riesenunterschied. Man kann auch mal alleine sein, aber man ist nicht einsam. Wenn wir einsam sind, dann deswegen, weil wir diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist, der immer da ist, noch nicht wirklich kennen. So, wir erkennen an, er ist da. Und dann etwas, was wir regelmäßig tun sollten. Uns klar machen und ihm erklären, wie hilflos wir sind ohne ihn. Wie abhängig wir sind. Wir können ja nichts verstehen aus diesem Buch. Wir haben keine Weisheit, wenn Leute uns was fragen. Wir haben keine Kraft, Gefangene freizusetzen. Wir können nichts tun ohne ihn. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind total hilflos, total abhängig. Was kann eine Gemeinde erreichen ohne den übernatürlichen Beistand des Heiligen Geistes? Gar nichts. Nur das, was irgendeine menschliche Organisation auch erreichen könnte. Zöckel in jedem Briefkasten tun oder auf der Straße stehen mit dem Infostand oder sowas. Aber Beweise liefern, dass Gott real ist, dass er derselbe ist heute, dass er heiler ist, befreier ist, dass er übernatürliche Antworten geben kann, die aus keiner menschlichen Weisheit kommen kann. Das kann nur der Heilige Geist selber. Und wir brauchen ihn. Und er will durch uns wirken. Und bevor er durch uns wirkt, müssen wir ihn kennenlernen und ihn als Person ehren und achten und mit ihm eine Beziehung haben. Und das fängt damit an, dass wir all das anschauen im Wort, was uns über den Heiligen Geist gesagt wird. Und mit diesen Wahrheiten gehen wir zu ihm zurück und sagen, ich habe gelesen, du tust das für mich. Ich habe gelesen, du tust das für mich. Ich habe gelesen, das ist dein Dienst für mich. Und ich brauche all das. Hilf mir, in die richtige Position zu kommen, wo du nicht mehr behindert wirst, sondern wo du mir dienen kannst, so wie du das so gerne möchtest. Das Problem liegt auf unserer Seite, nicht auf seiner Seite. So, wir wollen sensibel werden. Wir wollen hingegeben werden. Wir wollen ihm keinen Anschluss geben. Wir wollen ihm Raum geben. Er führt uns in alle Wahrheit. Du kennst das postmoderne Denken, es gibt keine Wahrheit oder Wahrheit ist relativ und Wahrheit spielt überhaupt keine Rolle mehr. Jesus hat eine andere Sicht. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, uns in alle Wahrheit zu führen. Und das ist nicht nur theologische Wahrheit, das ist die Wahrheit, warum du in bestimmten Bereichen noch gebunden bist und nicht frei bist. Wir brauchen Wahrheit. Wir werden nicht frei, indem wir hoffen, irgendwann kommt der vollmächtige Gassbrecher und der legt die Hände auf uns und dann sind wir alle frei. Wir werden frei durch die Wahrheit. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Bleibt in meinem Wort und ihr seid meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was uns frei macht, ist die Wahrheit. Und ein Seelsorger oder ein Bibellehrer kann dir nur helfen, die Wahrheit, die du jetzt brauchst, auf einmal klar auf dem Schirm zu haben. Du musst sie ergreifen, du musst sie glauben, du musst auf dieser Wahrheit handeln und so gehen die Türen auf und so kommst du in mehr und mehr Freiheit hinein. So der Heilige Geist zeigt uns die Wahrheit. Er zeigt uns Jesus. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, Johannes 17, 24, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, zum Vater betet er das, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und das tut der Heilige Geist. Er zeigt uns die Herrlichkeit Jesu. Das ist die Summe seines wunderbaren Wesens, seines exzellenten Charakters, seiner Klarheit, seiner Majestät, seiner Schönheit, seiner Ausgewogenheit. Diese herrliche Kombination Löwe und Lammen, das gibt es sonst nirgendwo in der Welt. Nirgendwo gibt es das. Und das ist in Christus zu finden. Und der Heilige Geist will uns das zeigen. Zweite Korinther 3,18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wer denn so verwandelt, Veränderung, Verwandlung kommt, in dem der Heilige Geist uns die Herrlichkeit Jesu klar macht. Das ist in deinem Herzen. Da will der Heilige Geist die Offenbarung geben über die Schönheit. Und die Bibel redet davon, Gott zu sehen. Das ist alles durch den Heiligen Geist. 1. Korinther Kapitel 2, dort heißt es ab Vers 9, der Heilige Geist zeigt uns all die wunderbaren Dinge, all die Schätze, die uns gegeben worden sind oder die wir schon haben. Da heißt es im Vers 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Wenn wir das erstmal verstanden haben, unser Problem ist nicht, wir brauchen dies, wir brauchen das, uns fehlt jenes noch und das müssen wir haben. Wenn wir begreifen, unser Problem ist, wir haben noch nicht in der Tiefe verstanden, was Christus für uns erworben hat. Welche Schätze, Paulus spricht von einem Reichtum an Herrlichkeit, der in uns hineingelegt worden ist. Du sagst, hey, du kennst mein geistiges Leben, die Schätze an Herrlichkeit in mir, du spinnst wohl. Paulus redet von dem, was Gott in jedem Gläubigen getan hat. Und neue Dimensionen der Freiheit und der Klarheit und der Autorität und der Stärke kommen durch Erkenntnis, was Gott dir schon gegeben hat. Und wenn du etwas suchst in der Zukunft, was Gott dir schon in der Vergangenheit gegeben hat, dann hat Gott ein Problem mit dir. Weil er kann dir nicht geben, weil es schon dir gegeben worden ist. Und deswegen ist die ganze Idee, Epheser 1, 15, geöffnete Augen durch den Geist der Weisheit und Offenbarung, zu erkennen, was schon gegeben wurde. Die Herrlichkeit der neuen Schöpfung, was das alles beinhaltet, was Gott da serienmäßig eingebaut hat. Viele, viele Dinge, die suchen wir und begreifen nicht, sie sind uns schon gegeben. Und deswegen stehen wir oftmals vor verschlossenen Türen. Der Heilige Geist will uns die Augen auftun. Und er will uns zeigen, was wir schon alles von Gott bekommen haben in der Vergangenheit. Für mich eines der wichtigsten Gebete seit Jahrzehnten ist Epheser 1, 15. Gott gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Und dann sollen wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, welcher Reichtum an Herrlichkeit in uns hineingelegt wurde und was die überaus große Kraft Gottes ist, die in uns wirksam wurde. Nämlich, als du mit Christus lebendig gemacht wurdest. Da ist ein Geheimnis. Ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, aber nur durch den Heiligen Geist, anhand des Wortes, kommst du in diese Dinge hinein und du bekommst Offenbarung. Sagst du, wow, unzerstörbares Leben, das schon durch den Tod gegangen ist, ist in mich hineingelegt. Dann kannst du getrost dem Teufel ins Auge senden. Möchtest du Christus, der dich am Kreuz besiegt hat, nochmal sehen? Soll er in mir nochmal aufstehen? Möchtest du nochmal begegnen? Es hat nichts mit dir zu tun. Es ist der, der in dir ist. Es ist größer als der, der in der Welt ist. Sieg hat nichts mit siegreichen Benehmen zu tun, irgendwie so charismatisch oder so. Sieg hat etwas mit Gesinnung zu tun, mit Glauben. Der in mir ist größer. Der in mir hat den Teufel besiegt. Der Teufel beugt sich vor Jesus. Er muss kuschen. Er muss gehorsam sein. Deswegen kann ich im Glauben widerstehen. Und das ist im Glauben an das, was er schon getan hat für mich. So. Nummer 5, 5. Die Liebe Gottes, ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Erfahrung der Liebe Gottes, die wir so dringend brauchen, um heile zu werden, aus unserer Minderwertigkeit, aus Ablehnung und Selbstzweifel und all diesen Dingen, kommt durch die Erfahrung des Heiligen Geistes. Gottes, der Heilige Geist bringt die Liebe Gottes. Wenn ich das verstehe, dann wende ich mich an ihn und sage, Heiliger Geist, bitte mehr Liebe. Ich brauche dich. Schieff du mir, wie ich mich mehr öffnen kann, wie ich mich mehr hingeben kann. Räum du Widerstände aus. Zeig du mir, lass dein Licht scheinen, wo Blockaden sind. Und diese Blockaden sind Festungen, sind uralte Dinge, die wir mit uns rumschleppen. Falsche Schwüre, falsche Eide, falsche Dinge, die wir einmal geschworen haben. Du wurdest verletzt und dann als Kind kommt die Reaktion, ich werde nie wieder jemandem vertrauen. Ich werde nie wieder mich jemandem unterordnen und solche Dinge. Und diese Schwüre bleiben dort dein Leben lang. Bis das Licht scheint und der Heilige Geist dir das zeigen kann und du diesen Schwur brichst. So ist das. Wir brauchen das Licht des Heiligen Geistes. Und da sind eine Menge von diesen Festungen und falschen Festlegungen und verkehrten Ideen und so weiter. Nur der Heilige Geist kann uns die Augen auftun. Der Heilige Geist hilft uns im Alltag Versuchungen zu erkennen. Das heißt Angebote, Einladung zur Sünde zu erkennen und zwar nicht im Rückspiegel, wenn schon alles passiert ist. Das ist einfach. Und dank sei Gott, wenn immer wir gefallen sind, es gibt Gnade und wir können sagen, das war verkehrt, vergib mir. Und er vergibt und er reinigt uns. Aber es gibt Besseres, als in jedes Schlammloch zu fallen. Es gibt Besseres. Es gibt Geführt zu sein vom Heiligen Geist um diese Fallen des Todes herum und gar nicht erst zu fallen und zu lernen, einfach vom Geist geführt zu sein. Und das heißt, eine Einladung zur Sünde zu erkennen, bevor es Sünde geworden ist. Und das ist Versuchung. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Und du siehst sie, bevor du Ja gesagt hast und der Heilige Geist ist da und du hast Partnerschaft, Händchen halten mit dem Heiligen Geist und in dem Moment geht dein Leben wie in Zeitlupe und der Heilige Geist sagt, Achtung, jetzt kommt eine gefährliche Situation. Schön bei Fuß bleiben. Achte jetzt genau drauf. Hier wirst du jetzt eingeladen zur Sünde. Was wirst du tun? Und überlege die vielen zigmal, wo du Ja gesagt hast, was ist passiert? Was war das Ende davon? Möchtest du das wiederhaben? Nein, auf keinen Fall. Ich will da gerade durchgehen. Okay, dann wende dich jetzt ab und geh nicht in diese Falle hinein. Wende dich ab. Bleib bei mir. Sünde ist immer oder Sünde kann nur stattfinden, wenn wir aus der innigen, lebendigen Gemeinschaft mit ihm abgezogen werden. Das findest du ganz klar in Jakobus 1. Wir werden versucht und wir werden fortgezogen. Fort von was? Fort von der Einheit mit ihm. Weil er will da nicht reingehen und wenn du mit ihm bleibst, gehst du auch nicht rein. Aber wenn du ihn loslässt, sagst, ob mit Worten oder ohne Worten, Herr, geh doch mal eine Stunde aus dem Zimmer, ich möchte dieses Programm zu Ende schauen. Ich weiß, das ist nicht christlich und das tut mir nicht gut, aber geh doch mal und wir sehen uns später wieder. Nein, wir bleiben in Gemeinschaft. Lerne auf dem Sofa, während du vor dem Computer, während du vor dem Fernseher bist, lerne Händchen zu halten mit dem Heiligen Geist und dann wirst du genau merken, ab welcher Szene er aussteigt und du gehst mit ihm. So lernst du nicht. Ein Christ guckt sowas nicht. Ich will Gott nicht beleidigen. Ich möchte in Gemeinschaft bleiben. Ich will ihm nicht irgendwie eine schlimme Zeit machen. Ich liebe ihn. Und ich will mit ihm verbunden sein. Das ist, wie wir lernen. Und dort heißt es in Titus 2, Vers 11, er unterweist uns. Die Gnade Gottes ist erschienen. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Und Gnade ist kein Prinzip, das uns trainiert. Gnade ist eine Person, der Geist der Gnade, so wird er genannt. So die Gnade trainiert uns, diszipliniert uns, unterweist uns, um was zu tun, um die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Das heißt, Nein zu sagen. Mit mir nicht mehr. Früher ja, jetzt nicht mehr. Ich gehe andere Wege, nicht mehr mit mir. Ich bin für das nicht mehr zu haben. Ich bin ausgestiegen aus dieser Welt. Ich lebe in einer neuen Welt. Ich lebe in Reinheit, in Klarheit, in Entschiedenheit. Und meine Augen schauen das an, was Lieblich ist, was Reines. Meine Gedanken, meine Fantasien gehen um das, was wahr ist, was aufbaut, was wohltuend ist, was gut ist. Halleluja. Weil der Heilige Geist uns erzieht. Und er erzieht uns dann, wenn wir sagen, bitte erzieh mich. Und sei aus lauter Liebe streng und lass nichts mehr durchgehen. Schon mal so gebetet? Das wäre ein gutes Gebet. Da wartet er noch drauf. Güte und Strenge ist ein Paket. Weil Gott gut ist, ist er streng. Und er ist streng, weil er gut ist. Und lade doch den Heiligen Geist ein, in dem es keine Kompromisse gibt. und sagt, Heiliger Geist, sei ganz entschieden und radikal mit mir. Und wenn es auf brenzlige Situationen geht, konfrontiere mich und frag mich, willst du das wirklich haben? Und was machst du hinterher damit? Denk an die Verdammnis, die du dann wieder schiebst für Stunden oder wenn du noch nicht geübt bist für Tage. Willst du das wirklich haben? Willst du Gott beleidigen? Dann bleib weg davon. Sagst du, okay. Und du bleibst in Klarheit. Du bleibst auf dem schmalen Weg. Der Heilige Geist ist der, der dich heiligt. Er trainiert dich. Er führt dich den schmalen Weg und du bleibst auf diesem Weg. Halleluja. Und du vertraust ihm. Und du weißt, er ist die Kraft, die dir hilft, anders zu leben oder Gott wohlgefällig zu leben. Römer 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes des Lebens oder der lebendig macht in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Früher war das nur das Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das? Du kannst entscheiden, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Du tust sowieso das Verkehrte. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Wie ein Naturgesetz. Es spielt keine Rolle, was du darüber denkst oder was du entscheidest oder wie du das findest. Das Gesetz hat einfach seine Kraft. Es wirkt. Jetzt ist ein neues Gesetz in dir und das ist der Heilige Geist. Das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz ist stärker als das Gesetz der Sünde und dieses Gesetz hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht, das wird irgendwann passieren, wenn du fleißig fastest und noch 30, Jahre weiter gehst mit dem Herrn, dann vielleicht. Nein, das gehört mit zur Grundausstattung, zur neuen Natur. Der Heilige Geist ist die regierende Kraft in dir und in dem Maße, wie du ihm vertraust und dich ihm hingibst und glaubst, dass er da ist und in Gemeinschaft mit ihm bleibst, wirst du erleben, dass du dich anders verhalten kannst, dass du um die Fallen des Todes herumgehen kannst und musst dich mehr in jedes Fettnäpfchen hineintreten. Er ist dein Helfer, der dir hilft. Ich denke, das haben wir schon verstanden. Heilig zu leben ist unmöglich ohne die Kraft Gottes. Und je mehr wir das versuchen, umso schlimmer wird es. Und Gott appelliert nicht auf unsere Willenskraft, Gott appelliert an unser Herz, an Glauben. Sieg kommt durch Glauben, nicht durch eisernen Willen zustande. Sieg kommt durch Glauben zustande und Glauben an das, was Gott schon gesagt hat und was er getan hat. Halleluja. Okay, hier ist ein wichtiger Punkt für unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Kannst du es später nachlesen. Lukas 17, 7 bis 10, da ist das Gleichnis von dem Knecht, der rausgeht und Befehle ausführt und arbeitet und dann kommt er zurück und dann ruht er sich nicht aus, sondern dann gibt er dem, der ihn den Befehl gegeben hat, dem Herrn, gibt er zu essen. Was ist das für ein komisches Ding? Wovon redet das? Wenn Gott, der Heilige Geist, dich gebraucht hat, auf übernatürliche Art und Weise und das muss nicht unbedingt spektakulär sein, ihr Lieben, ein Großteil des Wirkens Gottes ist nicht spektakulär. Wenn Gott dir Weisheit gibt, wenn Gott dir Rat gibt für andere Leute, wenn Gott dir etwas gibt, wie du andere Leute segnen kannst, ermutigen kannst, das ist nicht spektakulär, aber es ist doch übernatürlich. So, wann immer du merkst, egal ob die anderen applaudiert haben oder so, boah, wenn du merkst, das weiß nicht ich, das ist, das ist nicht normal, oh, ich könnte sowas gar nicht. Wann immer der Heilige Geist dich gebraucht hat, zu prophezeien, vollmächtig zu beten, Menschen zu segnen, für Befreiung zu beten, für Heilung zu beten oder die Wahrheit in Klarheit und Kraft und Eindeutigkeit darzulegen, was auch immer, wenn der Heilige Geist dich gebraucht hat und du merkst es, dann Achtung, dann kommt der wichtigste und gefährlichste Moment, weil dann kommt die Versuchung, dich toll zu fühlen über dich selbst und zu sagen, so, habt ihr das jetzt mal gesehen, wer hier gesalbt ist, habt ihr das jetzt mal gesehen, wer hier wirklich vollmächtig ist und wir geben uns die Ehre und damit zerstören wir alles. So, der wichtigste Moment, nachdem Gott dich gebraucht hat, ist, dass du zurückgehst zu ihm und dich gründest in der Wahrheit und damit bewahrst vor Hochmut und sagst, dass du mich gebraucht hast, ist einfach nur Gnade. Du hättest irgendjemand anders auch gebrauchen können, du hast mich genommen, weil ich der einzig Würdige bin und ich erinnere mich dann immer und mache das regelmäßig nach jedem Dienst, auch nach diesem Dienst werde ich das wieder tun. Jedes Mal, wenn ich spüre, die Salbung ist da, Gott dient und Gott tut sein Werk, ich gehe hin zu ihm und sage, danke, du hast einen guten Job gemacht, du bist wunderbar, du bist herrlich und ich gebe dir die Ehre und es hat funktioniert, weil du gut bist und weil du treu bist und weil du Menschen liebst und ich habe immer das Bild vom Kellner vor Augen. Du bist in einem guten Restaurant, hast edel gespeist und wie das dann so üblich ist in einem guten Restaurant, dann fragt der Kellner und hat es gemundet und es hat wirklich gemundet und du sagst, exzellent, wunderbar. Was passiert dann? Der Kellner mit geschwellter Brust sagt, ich wusste es. Ich bin der beste Kellner im Umkreis von 50 Kilometern. Ich habe die Ehre gehabt, die Speise aus der Küche vom Koch hier zu bringen und der einzige Grund, warum es dem Kunden geschmeckt hat, weil ich so ein wunderbarer Bote bin. Ne, was sagt der Kellner? Ich werde es dem Koch ausrichten. Der Kellner versteht, dass die Speise gemundet hat, weil der Koch exzellent ist und was immer Gott tut und wie er dich benutzt, du bist nur der Kellner. Und es ist nicht ein Beweis, dass du großartig bist, es ist ein Beweis, dass Gott großartig ist und dass Gott Menschen liebt. So, gib die Ehre, die du fühlst oder die sogar andere dir entgegenbringen. Oh, wunderbar, klasse, gesalbt, toll, schön, hat mir geholfen, wunderbar. Nimm es mit Dankbarkeit an, aber reiche es weiter und sagst, heil der Geist, eigentlich meinen sie dich, weil ohne dich wäre das alles ein grandioses Fiasko geworden. Ohne dich würde das nicht funktionieren, ich kann nichts ohne dich tun. So, wenn ich ein Segen war, dann deswegen, weil du wunderbar bist, weil du treu bist und weil du Menschen liebst und weil du Menschen segnen möchtest. Wir ehren ihn und damit bewahren wir uns vor der Idee, dass wir die Tollsten und die Größten und die Besten sind. Und ich sage dir, in über 40 Jahren Christ sein sieht man eine Menge und ich habe gesalbte Lobpreisleiter gesehen, die richtig vom Heiligen Geist gebraucht wurden und die mit dem Applaus und mit der Ehre und mit der Anerkennung nicht umgehen konnten und das aufs falsche Kunde gebucht haben und grandios abgestürzt sind, von denen hörst du heute nichts mehr. Namen, die ihr gar nicht kennt, vor 20, 30 Jahren waren die in aller Munde und das waren die Lobpreiser. Weg vom Fenster, abgestürzt, weil sie mit der Ehre nicht umgehen konnten, weil ihr Herz sich vergriffen hat an etwas, was absolut tabu sein muss. Meine Ehre, sagt der Herr, werde ich mit niemandem teilen. Nicht, weil er extrem egoistisch ist, sondern weil er so erbischt ist auf Wahrheit und weil er weiß, Ehre, die ihm gebührt, die du dir nimmst, wird dich zerstören. Und darum sagt er, meine Ehre werde ich mit niemandem teilen. Weil er der Einzige ist, dem die Ehre gebührt und er der Einzige ist, der damit umgehen kann, ohne stolz zu werden. Verstehst du? So, wir wollen in der Wahrheit bleiben. Wir wollen wahrhaftig sein und in unserem Herzen nicht falsch buchen und denken, jetzt zeigen wir den Leuten mal, wie gesalbt wir sind und was für tolle Menschen wir sind. Nein, ohne ihn sind wir alle gar nichts. Und wenn er nicht sein Werk an uns getan hätte, wir würden nur ein erbärmliches Ding abziehen und wir könnten nichts tun, gar nichts. Wir brauchen diese Balance. Ich will immer tiefer verstehen, ohne ihn kann ich nichts und mit ihm kann ich alles, was er mir gebietet. In diese Balance, wenn du nur, ohne ihn kann ich gar nichts, du könntest in Depressionen abstürzen. Aber in Balance mit der Idee, mit ihm kann ich, mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Du kannst mit Gott Dinge tun, die du niemals tun könntest, aufgrund deiner Erziehung, deiner Prägung, deines Wissens, deiner Bildung, deines sozialen Status. Du kannst mit Gott Dinge tun, die nur er imstande ist, in dir und durch dich zu wirken. Und das ist Dienst. Das kommt aus dem Heiligen Geist. Und wir wollen ihn kennenlernen und wir wollen ihm die Ehre geben. Ein ganz wichtiger Punkt unserer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wir wollen reichlich dieses Geschenk nutzen, in geistgewirkter Sprache ihn anzubeten. Es ist so ein Geschenk und es hilft uns, in diesem Bewusstsein zu bleiben, er ist in mir. Weil Sprachenrede ist immer live. Gott hat nicht eine Konserve da reingelegt, sondern du redest, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und was wir lernen wollen, das habe ich lange nicht verstanden und hat Jahre gebraucht, viele Jahre. Ich lese, Paulus sagt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, habe ich gesagt, ja, wie ist das jetzt mit der Auferwahrung? Kann man die auch mal fühlen? Oder muss man das nur so im Glauben nehmen und ich glaube jetzt, dass ich auferbaut bin oder so? Weil wirklich Sinn gemacht hat es für mich nicht und Erfahrung habe ich nicht groß gemacht. Und dann habe ich mir das alles nochmal genau angeschaut, was Paulus sagt und ich habe festgestellt, ich bete ja gar nicht in Sprachen, wie Paulus gesagt hat, dass man in Sprachen beten soll. Ja, kein Wunder, da muss ich mich nicht beschweren, dass da die Auferwahrung fehlt. Wenn ich das Handbuch nicht benutze und das auf meine Art und Weise tue, habe ich kein Recht zu reklamieren, ja, wo bleibt jetzt der versprochene Segen? Und ich habe verstanden, Paulus sagt, wenn er in Sprachen betet, sein Verstand bleibt ohne Frucht. Sein Verstand produziert nichts. Der ruht mal aus von den vielen anstrengenden Versuchen, irgendwas zustande zu bringen und irgendwelche Lösungen sich auszudenken. Unser Verstand rattert von morgens bis abends. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie geht das? Wie zahle ich die Rechnung? Wie soll ich aus der Klemme rauskommen? Wie soll ich das machen? Und so weiter. Aber die Lösungen kommen nicht aus dem Verstand. Die Lösungen kommen von Gott. Und deswegen muss der Verstand mal Päuschen machen. Und wie geschieht das? Nicht, indem du versuchst, deine wilden Gedanken einzufangen. Das war meine erste Methode. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Gedanken sind wie eine Herde wilder Mustangs. Und da brechen welche aus. Du hinterher, versuch sie einzufangen. Während du dich einfängst, brechen die da schon wieder aus. Es ist einfach ein Affenzirkus. Du kriegst nie Ruhe da oben. Und dann habe ich eine neue Methode entdeckt. Und ich glaube, das ist, wie es wirklich funktioniert. Weil jedenfalls, ich spüre den Segen davon. Ich konzentriere mich beim Sprachengebet auf den Heiligen Geist. Und sage, das bist jetzt du. Du gibst das in meinen Geist. Ich gebe die Stimme, aber du gibst die Sprache, den Inhalt. Und dann spreche ich in Sprachen und höre zu. Und halte Händchen und sage, das kommt von dir. Und ich danke dir dafür. Und wenn du das lernst, kommt da oben Ruhe. Und vor allen Dingen, dann wird es frisch und lebendig und bubbelt und quirlt und sprudelt und belebt dich. Und du sagst, wow, das ist ja wirklich Aufabbauung. Endlich spüre ich mal was. Was ich vorher gemacht habe, ich habe gedacht, wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe ja eh nicht, was ich bete. Die Bibel sagt, kauf die Zeit aus. Also kann ich ja in meinem Verstand schon mal meine To-Do-Listen durcharbeiten. Das ist nicht, was Paulus sagt. Der Verstand soll mal zur Ruhe kommen. Und er kommt zur Ruhe, indem wir uns hingeben und Händchen halten und sagen, Heiliger Geist, du fließt durch mich. Ströme lebendigen Wassers fließen von dir, sagt Jesus. Und das ist der Heilige Geist. Johannes 7, 37 bis 39. Der Heilige Geist fließt von dir. Jetzt bitte erkenn mir, versuch nicht zu verstehen, wie kann eine Person fließen. Ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, es ist so. Also ist es so. Fertig aus. Und ich versuche nicht, das zu ergründen. Ich versuche mich daran zu freuen, dass es so ist. Und der Heilige Geist fließt im Sprachengebet. Und wenn er das lang genug darf, dann fließt er auch durch Weissagung und andere Geistesgaben und durch Lehre oder durch Ermutigung oder durch irgendwas. Er fließt durch dich. Aber er kann nur durch dich fließen, wenn er vorher in dir wirken konnte. Dienst ist nichts anderes, als dass der Überfluss von deiner Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist Dienst. Du bekommst zu viel und dann muss das abfließen. Du bist gesegnet in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und du kriegst eine Überdosis und dann fließt das von dir. Und das nimmt man Dienst. So, wir wollen nicht eine Dienstbeziehung haben zum Heiligen Geist. Wir wollen eine Freundschaft haben. Wir erkennen ihn an. Auch wenn wir bei Aldi sind und nicht gerade an den welchen Konzepten arbeiten, sondern mit unserem Wagen durch die Hallen fahren. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir erkennen ihn an und wir ehren ihn und wir bedanken uns dafür. Okay, eine Minute habe ich noch ein ganz wichtiger Punkt unter Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Paulus, Epheser 4, 30 betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wenn du die Passage liest, dann siehst du, das sind Dinge, die verbuchen wir unter Normal. Zorn, negativ reden und all diese anderen Dinge nicht vergeben und so weiter. Und Paulus sagt, diese Dinge betrüben den Heiligen Geist. So was wir tun ist, wir beten. Dann Heiliger Geist, öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, im Alltag. Das sind ja alles Sünden im Umgang mit anderen Menschen. Das sind nicht Sünden wie Terrorismus oder nachts heimlich ins Bordell gehen oder sowas. Das sind für uns ganz normale Dinge, die in den meisten Gemeinden auf der Tagesordnung sind. aber Gott bewertet die anders und wir gehören jetzt zu ihm und wir bewerten sie so, wie er sie bewertet. Zorn, Bitterkeit, Grimm, Lästerung, verächtlich reden, Verleumden und so weiter. Das sind alles Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und wir wollen nichts damit zu tun haben, weil wir möchten ihn haben als Freund. Wir wollen ihn nicht beleidigen und wir wollen, dass er ungehindert in uns und durch uns sein Werk tun kann. So wir beten, Herr, mach mich sensibel für die Dinge, die dich betrüben. Und dann lernst du eine Menge Dinge über dich. Und da gibt es viel Grund, umzukehren und dich neu auszurichten. Eins meiner Lieblingsgebete, was ich immer wieder bete, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hasst. Viele wollen den zweiten Teil weglassen. Nein, nein, nur Frieden und Liebe und Gutes. In Gottes Herzen ist Hass auf die Sünde, weil Sünde zerstört und Gott will Gutes tun. Und deswegen gibt es null Toleranz im Herzen Gottes gegen Sünde. Und diese Haltung wollen wir lernen. Und wir wollen lernen zu hassen, was Gott hasst, was ihn betrübt. Römer 12, Vers 9 sagt, verabscheut das Böse. Hab Horrorgefühle. Ja, wo kriegt man denn die her? Vielleicht mit dem Diplom überreicht am Ende. Nein, Horrorgefühle gegenüber Sünde gibt es nur bei Gott selbst. Und da musst du es dir abholen. Du sagst, ich will das lernen, das Böse zu hassen. Hilfst du mir. Und das fängt bei dir an, nicht das Böse bei den anderen. Bei dir. Und der Heilige Geist, unser Lehrer, und der Heilige Geist, er zieht uns und prägt uns und wir wachsen. Und unser Dienst wird auch wachsen. Zeit ist um, Zeit gesegnet. Vater, wir danken dir für den wunderbaren, heiligen Geist, der uns gegeben ist, der in uns wohnt, der entdeckt werden möchte, mit dem wir diese Freundschaft entwickeln sollen. Mach uns sensibel, hilf uns, sein Wirken anzuerkennen, ihn zu ehren und so zu leben, dass wir ihn nicht hindern, beleidigen und betrüben, sondern ihm Raum geben, sein Werk in uns und durch uns zu tun. Lehre uns, eine Beziehung zu haben mit Gott, dem Heiligen Geist. Und danke, dass du dieses Gebet hörst, weil es dir wohlgefällig ist. Und wir wollen dabei bleiben und du wirst uns helfen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, wunderbarer Geist Gottes. Amen.